Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge SlimeRanger. Heute wollen wir uns die Grotte angucken. Hört sich schon so ein bisschen merkwürdig an, aber wir schauen einfach mal hier. Was soll das? Hier gibt es ja gar nichts. Ja. Hallo? Gut, der Teleporter macht nichts. Ich habe hier wieder fünf freie Felder, wo ich was anlegen kann. Ja. Hätte ich mir auch sparen können, um ehrlich zu sein. Oh. Okay. So, jetzt gucken wir mal, was es hier oben gibt. Wir warten, bis wir voll sind, dann versuchen wir da mal hoch zu fliegen. Ich komme einfach nicht bis hoch. Das kotzt mich an. Ja gut, suchen wir weiter nach Schleimkacke und besonderen Schleims, die wir zu Geld machen können. Diese Grünviecher möchte ich nicht unbedingt haben. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Das ist das Geräusch, dass da ein paar böse Slimes auftauchen. Oh. Gockel, du musst leider weg. Ich will das blaue haben. Da ist noch eins. Noch eins. Cool. Schön, schön. Schön, schön. Läuft. Ähm, wo sind wir jetzt hier? Ey, ey. Ey, ey. Boah, jetzt lasst mich doch mal. Meine Güte. Boah. Oh, hier geht's weiter. Oh, hier ist noch ein blauer. Und schon wieder so eine Kugel. Oh, shit. Scheiße, ich hab da so ein cooles Ding verschossen. Nur ganz kurz auf die vier Stellen, die krieg ich ja dauerhaft irgendwo ran. Ähm, na gut, wir rennen in die Richtung. Boah. Boah. Gottchen. Hehehe. Boah. Boah. Geh doch mal weg von mir. Boah. Boah. Wo bin ich bitteschön hier gelandet? Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus Ah Das ist hier, wo ich hoch wollte Dann bin ich ja doch hochgekommen Auch wenn es mit, äh, ja etwas auf, auch wenn es auf einem anderen Wege war Gott Das sind mal echt viele äh, 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 ja verseuchte Slimes Aber warum? Hier geht's auch noch weiter So, dann erstmal ein bisschen Geld bekommen Jetzt ist die Frage Ich, nee, ich geh da noch nicht rein Ich geh erstmal hier hoch Ist wieder so eine Kugel Ich will die endlich kaputt kriegen So, wo kommen wir hier hin? Äh, ja Eine Höhle Und hier brauchen wir wieder einen Schlüssel Okay Da kann man rüber Da will ich aber nicht rüber Und hier runter Ach, hier kommt man ja wieder hoch Das ist okay Aber hier gibt's keine Schleimkacke zum Einsammeln Schade Dann gehen wir jetzt zum Teleporter Und gucken, wo der uns hinbringt War der hier? Ja Oh Hey, mach den mal Oh, toll Ich dachte, der schaltet den wieder an Ah Ich und mein Glück So Ähm Waffenupgrade Wir haben noch die Schockwelle Und den Wassertank Ich glaube aber mal nicht Dass wir das irgendwie In irgendeiner Art und Weise brauchen Äh Hier, stopp Wir haben einen blauen Slime gesehen Ja �� So, äh, wir mussten dahinter gehen. Ne, da dann, in die Grotte. Dann gehen wir halt wieder da rein. Das bringt mir hier sowieso alles noch nichts. Ich hab kein Geld mehr. Für was sollte ich das auch gebrauchen? Ähm, wo kann man hier, oh, kommt man da lang? Ich will es nicht testen. Ähm, so, wir sind hier lang, denke ich zumindest. Ja, ja. Ja, wir sind hier unten lang. Ja, da war nichts drin, Schweinerei. So, wo? War der jetzt hier hinten? Oh ja, da ist er. Und da platzt er. Äh. So, die brauchen wir nicht. Äh. Die können weg. Äh. Ja, wir versuchen es. What the? Okay. Läuft. Wo auch immer ich gerade... ...gerade bin. Aber es sieht... ...interessant aus. Boah, was sind denn das? Kristallslams, cool. Ja, das ist cool. Cool. Das ist sehr interessant gerade hier. Ich habe Kristallslimes. Da ist wieder so eine Kugel. Oh, was haben wir denn da? Ha, Mama Kristallslime. Warum nicht? Oh. Oh, ja. Ja, gut. Wir gucken weiter. Neun Kristallslimes. Mal schauen, für was die so alles gut sind. Wir haben eine Kiste. Ach, mit Hühnchen und... Interessant. Hier ist wieder so eine Kapsel. Das ist wirklich sehr interessant. Interessant hier alles. Also, soweit ich weiß, ging es doch hier hinten noch irgendwo ein Stück weiter. Äh, nur wo ging es weiter? Äh, nur wo ging es weiter? Ich blicke hier gerade selber nicht mal mehr durch. Ja, hier hinten waren wir schon. Tschüss. Ja, gut. Ich würde sagen, wir bringen erst mal unsere Slimes nach Hause. Und... Und... Schauen, für was unser Money reicht. Ob man eventuell ein neues Gehege für die Kristallslimes machen können. Und wenn es nicht reichen sollte, dann haben wir halt Pech. Dann müssen wir noch ein bisschen farmen. So, wo kommt... Ach, hier war ich ja auch noch gar nicht. Ach, schau mal einer an. Ja, gut. Ja. Ja. Oh, nein, 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 nein. Scheiße. Mist. Scheiße. Das war mein Fehler. Ja, gut. Ich kann es auch nicht verrückgängig machen. Da ist auch so eine lila eine Kapsel. Ich will wissen, wie ich diese Kapseln öffnen kann. Oh. Ich glaube, falsche Richtung. Also, wie gesagt, wenn ihr aber wisst, wie ich diese Kapseln öffnen kann, schreibt es mir in die Kommentare. Denn das würde mich mal wirklich brennend interessieren. Vor allem, was da drin ist. Das macht einen richtig neugierig. Und mal schauen, was wir in den kommenden Folgen noch so alles treiben werden. Jetzt werde ich auf jeden Fall erst einmal zurückrennen und offscreen werde ich dann bestimmt wieder ein bisschen Geld farmen. Dass wir uns wieder ein bisschen was zulegen können. So, genau. Wir wollten jetzt erst einmal Geld. Und die Eins. Ja, gut. 800. Reicht das denn für ein hohe Wände? Kaufen. Fangnet. Kauf. Jo, hat gereicht. Haha. So, ja. Wie gesagt. Ich habe schon gesagt, was wir in der kommenden Folge machen werden. Und was ich offscreen jetzt mache. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und ich hoffe, ihr schaltet ein zur nächsten Folge Slime Ranger. Und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen zum zweiten Mal. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin bleibt entspannt. Genießt den Tag. Und bye bye. Tschüss. 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 Tschüss.